3. Schrauben Sie die Brennungsluft an. Verwenden Sie einen Dreherzimmer und Verwenden Sie ecological Verwenden Sie WD-40. 4. Entfernen Sie die Schraube der Entfernung und vermeiden Sie die Brennungsluft für den Berg. 6. Schrauben Sie die Rohrnussarbefestigung. 7. Schrauben Sie die Rohrnusschlüssel an. 1. Entfernen Sie die Stoßdämpferung. 2. Schrauben Sie die Stoßdämpferung fest. Utwenden Sie Stecknuss Nr. 17. 3. Entfernen Sie das Schnitt. 4. Schrauben Sie die Stoßdämpferung fest. AUTODOC empfiehlt, dass Sie die Stoßdämpferung feststehenden Stoßdämpferung feststellen. 4. Entfernen Sie das Schnittstange. 5. Entfernen Sie die Stoßdämpferung fest. 27. Installieren Sie die Schrauben der Bremsschrauben und die Schrauben der Bremsschrauben und die Schrauben der Bremsschrauben brennt. 28. Schrauben Sie die Schraubbeんでistern. Geben Sie Stecknuss Nr. H6. Nr. H7. Schrauben Sie die Drehmoment fest, die Drehmoment fest an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie eine Schlagnuss. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie ein Drehmomentschlüssel Nr.11. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 15. Ziehen Sie das Neukölln're gefehlstammeln. AUTODOC empfiehlt, schäuze das FD-40-Spray. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. Verwenden Sie WD-40-Spray. Bis zum nächsten Mal.